Ja, ich freue mich sehr, in den nächsten ca. 20 Minuten ein paar Ideen und Gedanken mit Ihnen teilen zu dürfen. Ich möchte mich vorweg bei den vielen Firmen vor allem bedanken, die da immer so experimentierfreudig mitmachen und es erlauben, Cata mit Hilfe der Cata weiterzuentwickeln, ob es Continental ist oder gleich im Anschluss. BMW, DB Regio sind auch ein paar hier oder Phoenix Contact letztes Jahr. Also das ist immer sehr schön, das zu sehen. Die Folie ist ein bisschen anders. Ja, der Titel meiner Präsentation heißt Cata, jeder jeden Tag, weil ich Sie einladen möchte, Cata als etwas anderes zu sehen als ein Tool oder ein Werkzeug. Ich möchte Sie einladen, Cata als etwas Größeres zu sehen, als Routinen im Kern eines Management-Systems, von dem viele unter uns der Meinung sind, dass es dem ROI-Management-System, was wir in der westlichen Welt hauptsächlich haben, weit überlegen sein kann. Anlass zu diesem Titel, Cata, jeder jeden Tag, waren Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme, die Sie mit Sicherheit auch schon mal sich selber gestellt haben oder gestellt bekommen haben. Ja, Herr Aulinger, wozu kann man Cata am besten verwenden oder kann man Cata überall verwenden? Ja, und irgendwann ist mir bewusst geworden, das sind typische Fragen, die man dann stellt, wenn man sich über Werkzeuge unterhaltet. Ja, weil Werkzeuge sind problemspezifische Lösungen. Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel über einen Hammer nachdenken. Ein Hammer ist ein uraltes, über Jahrtausende bewährtes Werkzeug, was ausgezeichnet funktioniert, solange das Problem ist, einen Nagel einzuschlagen. Ja, es ist ein furchtbares Werkzeug, wenn es darum geht, eine Schraube einzudrehen. Ja, das heißt, auch ein sehr gutes Werkzeug kann komplett falsch liegen. Ja, und wenn wir über ein Management-System reden, glaube ich, sollten wir nicht über lösungsspezifische Werkzeuge reden, auch nicht über eine Toolbox. Die Zukunft ist zu unvorhersehbar, um sich auf irgendwelche Lösungen festzulegen. Ein Management-System sollte lösungsneutral sein, es sollte zeitlos sein, wirklich für jeden und jeden Tag übertragbar. Und das ist, was mir an den Cutter so gut gefällt, dass die Cutter wirklich skalierbar ist und wir sie auch stets erweitern können. Was wir immer hören, wenn wir über Cutter sprechen, ist natürlich das Thema Coaching und das Entwickeln von Mitarbeitern. Und das Bild, das uns sehr schnell in die Augen kommt, das ist so hier aufgenommen bei der Firma Ileman, ist das Bild von einem Coach, der seinen Menti entwickelt. Und ich glaube, das ist gut für einen Anfang, aber in der Realität geht es uns um viel mehr. Wir wollen nicht Menschen entwickeln allein, wir wollen ganze Organisationen entwickeln, die aus hunderte, tausende Mitarbeiter bestehen. Wir wollen Organisationen haben, in denen jeder Mitarbeiter jeden Tag lernt und unter Anleitung eines Coaches weiterentwickelt wird und auf jeder Ebene in dieser Organisation jeder wiederum als Coach seinen Menti entwickelt. Und das Ganze zieht sich durch, durch eine Pyramide, wenn Sie das wollen, wenn Ihre Firma mehr oder weniger hierarchisch aufgebaut ist. Und so, dass die Organisation als Ganze die Informationen fließen lassen kann, die Organisation sich entwickelt und gemeinsam diese großen Herausforderungen auch meistern kann, für die sie letztendlich geschaffen wurde. Und dass Cutter auch so skalierbar ist oder im Grunde wie ein Puzzlestück funktioniert und ein größeres Bild ergibt, das kann man an Beispielen sehen. Zum Beispiel am fraktalen oder skalierbaren Aufbau von Zielzuständen. Wenn Sie sich einen Zielzustand anschauen, kann man sich das wirklich vorstellen wie ein Puzzlestück eines größeren Bildes. Wie ist der typische Aufbau eines Zielzustandes? Also Sie kennen diese Blätter. Wir haben immer eine linke und eine rechte Seite, Zielzustände. Auf der linken Seite haben wir den Ist-Zustand, den Zielzustand auf der rechten. Wir beschreiben Zahlen. Richtigerweise sollten da ausschließlich Zahlen sein, kein Text. Und die Zahlen sollen mathematisch schlüssig miteinander verbunden sein. Die linke Seite beschreibt dann immer die Gegenwart. Und sie sollte richtigerweise auf Daten basieren, nicht auf Meinungen. Und die Mathematik sollte logisch schlüssig sein. Die rechte Seite des Blattes beschreibt die Zukunft. Weil wir in der Zukunft natürlich keine Messungen vornehmen können, ist die rechte Seite des Blattes sozusagen eine mathematisch schlüssige formulierte Erwartung. Das heißt, wenn Sie sich dieses Blatt anschauen, was man relativ leicht erkennen kann, ist, dass hier eine Zeitachse durchgeht, von links nach rechts, von der Vergangenheit in die Zukunft. Das ist immer gleich aufgebaut. Das Gleiche, was man auch sehen kann, wenn man so einen Zielzustand betrachtet, ist, dass die auch eine obere und eine untere Seite haben. Es gibt in der Regel eine solche gestrichelte Linie. So mache ich das gerne. Mike hat sie durchgezogen, aber im Grunde ist dasselbe. Auf der oberen Seite beschreiben wir die gewünschten Ergebnisse. Also numerisch auf den Punkt gebracht, was das, was wir erreichen wollen. Auf der unteren Seite beschreiben wir das, wie. Wie wir das erreichen wollen. Sprich, den Prozess, den wir gerne hätten, damit diese Ergebnisse eintreten. Das heißt, man kann über die Vertikale eine Detaillierungsachse sehen oder so etwas wie Detaillierungsebenen. Also diese Zielzustände sind so aufgebaut, dass Sie von oben, von ganz aggregierten Zahlen nach unten zu sehr detaillierten Zahlen und wieder zurück navigieren können. Wenn Sie sich über diese Achsen bewusst werden, dann merken Sie auf einmal, dass Sie die Puzzlestücke zusammenstecken und etwas Größeres daraus aufbauen können. Wenn wir jetzt die vertikale Detaillierungsachse nehmen und ich jetzt meinen Zielzustand betrachte, dann kann ich auf einmal sehen, ich kann meinen Zielzustand auf einmal nicht mehr isoliert betrachten, sondern ich kann ihn verknüpfen, zum Beispiel mit dem Zielzustand meines Coaches. Und um diese Verknüpfung herzustellen, verwende ich schlichtweg meine Ergebniskennzahlen, das sind die Prozesskennzahlen meines Coaches. Und wiederum kann ich auch nach unten das Ganze beliebig erweitern. Meine Prozesskennzahlen sind die Ergebniskennzahlen von meinen Mentees, die ich entwickle. Also auch hier kann man sehen, wie sich das Ganze schön erweitern lässt, diese Skalierbarkeit. Man sieht, dass auch hier eine Achse durchgezogen werden kann, wenn Sie es wollen, von ganz oben in der Pyramide, von den Geschäftszahlen bis ganz unten im Shopfloor. Und das ist sehr wertvoll, weil dadurch können Sie die Organisation ausrichten. Das ist, was Sie wollen. Sie wollen ja nicht lauter Individuen, die individuell lernen. Sie wollen Individuen, die organisiert, zielgerichtet, ausgerichtet, jeder seinen Beitrag kennt und den logisch nachvollziehen kann. Das kann man ganz konkret dann auch nutzen, diese Eigenschaft, um dann zum Beispiel Zielzustände für etwas größere Einheiten zu formulieren. Also hier kann man das sehen. Das ist jetzt ein Beispiel, ich nehme an, das ist BMW. Aber mit ähnlichen Aufbauten experimentieren wir gerade in mehreren Firmen. Da kann man sehr schön auf einen Blick den Zielzustand eines Werkes zum Beispiel sehr gut darstellen. Also wo ist das Werk, wo soll das Werk in einem Jahr sein? Und das alles auf einer Tafel. Das ist ein bisschen größer. Wenn ich mir jetzt die horizontale Achse bewusst mache, dann kann ich über diese horizontale Achse, die Zeitachse, relativ schnell erkennen, dass ich die Zielzustände auch über die Zeit miteinander verketten kann. Die sind verkettbar. Das heißt, mein aktueller Ist-Zustand ist ein alter Zielzustand, den ich bereits erreicht habe und somit zum Ist-Zustand geworden ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich diesen Ist-Zustand erreicht habe, kann ich unmittelbar einen nächsten und übernächsten Zielzustand dahinter verketten. Und jetzt sieht man, dass diese Zeitachse ins Unendliche fließen kann durchaus. Also ich kann das erweitern, wie ich will. Ich kann die Zeitachse von der entfernten Vergangenheit bis, wenn Sie so wollen, bis zur Vision, bis zum Nordstein fortsetzen. Keine Grenze. Und das ist diese Zeitlosigkeit, die ein Management-System haben sollte. Also jeder, wenn Sie jede Ebene betrachten, jeder Zeit, wenn Sie die Zeitschiene betrachten. Das Schöne an der Katastrophe ist fraktal. Also Sie können sie skalieren in die Größe oder Sie können in die Details reingehen. Also der typische Aufbau eines Ist- und Zielzustands. Es ist ja so, dass Sie oben ein Datum schreiben für den Ist-Zustand und ein Datum für den Zielzustand. Und nehmen wir mal an, diese Daten liegen zwei Monate auseinander. Sie können sie unterteilen. Nehmen wir mal an, diese zwei Daten hier im Beispiel sind zwei Monate auseinander, also 40 Arbeitstage auseinander. Das können Sie nutzen, um zum Beispiel zu sagen, okay, wenn wir jetzt in zwei Monaten dort sein wollen, wo sollten unsere Kennzahlen in einem Monat sein? Das ist eine triviale mathematische Aufgabe, dass Sie einfach sagen, okay, wir wollen die halbe Strecke bis in der halben Zeit erreicht haben. Das kann unterschiedlich sein. Sie können ja natürlich weitergehen, wenn es für Sie Sinn macht. Eine Sache, die wir immer wieder empfehlen, ist, Coachings täglich zu machen. Wenn Sie wirklich täglich coachen wollen und Sie den täglichen Fortschritt messen wollen, theoretisch machbar, auch hier, wenn es Ihnen hilft, können Sie diese Zahlen auch auf Tagesziele sogar runterbrechen. Was sehr, sehr wertvoll ist, wenn Sie später ins Projektmanagement gehen, also wenn Sie auf einmal Projekte managen wollen, wo es nicht mehr um kurzzyklische Sachen geht, sondern wirklich Fortschrittmessung eine ganz entscheidende, wichtige Sache ist. Das ist hier ein Beispiel, wie man das nutzen kann, um eine solche Tafel zu bauen, wo man jetzt die ganzen Informationen nutzt. Das ist von der Firma Phoenix Contact. Ich möchte Sie einladen, das Video von letztes Jahr, wenn Sie das noch nicht gesehen haben, von Herrn Blöger anzuschauen. Da berichtet er, wie er mithilfe der Charta in einer Organisation, die in der Organisationseinheit ein bisschen größer war, wie er die Durchlaufzeit in einem Wertschirm von 60 Tagen auf 15 Minuten reduziert hat, mit der Revolutionierung einiger Prozesse und das Ganze in sechs Monaten gemacht hat, auf den Punkt genau hingemanagt. Also solches Projektmanagement gibt es auch. Und da experimentieren wir sehr intensiv, um das, was bei Phoenix Contact gelungen ist, nicht zur Ausnahme, sondern zur Regel werden zu lassen. Das heißt, die Skalierbarkeit sieht man überall. Wenn ich jetzt die erste Ebene sehe, das Coaching, das ist, was wir in der Regel im Kopf haben, aber wir können das natürlich über alle Hierarchie-Ebenen auch nach oben skalieren. Also wo findet die Coachings statt? Der erste Ansatz ist natürlich diese Tafel, die wir alle kennen. Das ist diese erste Starter-Kata, die Mike heute früh beschrieben hat. Aber man könnte sich vielleicht eine zweite Starter-Kata denken, die dann an einem Ort findet, wo sich jetzt ganze Mannschaften treffen. Wie wird der Zielzustand dokumentiert? Wenn wir jetzt einfach nur einen einzelnen Lerner betrachten, dann haben wir in der Regel dieses T-Formular. Wenn wir jetzt über Teams sprechen, dann könnte es, wie gesagt, eine solche Wand sein. Wenn wir dann das Gelernte kommunizieren wollen, wie können wir das Gelernte aus den Experimenten kommunizieren, dann macht es durchaus Sinn, diese T-Formulare hier von vielen, vielen Personen, die wir alle schon kennen, zusammenzutragen. Und das ist auch dieses Experiment, was da bei der Firma Phoenix Contact lief, wo wir jetzt weiterentwickeln, auf irgendeine Tafel, wo wir auf einmal sehen können, wie die Organisation sich bewegt und weiterentwickelt. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Starter-Kata für Gruppencoaching. Wir experimentieren gerade mit einem ersten Aufbau, der relativ einfach ist. Ja, relativ einfach. Ja, wir versuchen hier zu visualisieren, welche Kapazität wir haben, also welche Leute sollen wen coachen und jeden Tag welche Coachings, also pro Tag eine Spalte, wie gesagt, wo man dann sehen kann, wer jeden Tag wen gecoacht hat. So, diese Tafel, mit der wir hier experimentieren, ermöglicht einige Dinge. Die Funktion, das werden Sie vielleicht jetzt gleich bei BMW auch ein bisschen weitersehen, wie das funktioniert. Das Erste, was wir hier versuchen, im Sinne von expandieren, ist, die Informationen weiterzutragen. Das heißt, die Coachings finden dezentral in der Fläche statt und um sie zusammenzutragen, experimentieren wir gerade mit kleinen Karten. Ja, das wird sich mit Sicherheit weiterentwickeln, aber das ist der aktuelle Stand und diese Karten werden dann an die entsprechenden Kästchen dann reinsortiert und das hilft dann, wenn Sie dann auf der jeweils nächsten Ebene das Coaching machen, dann muss der Coach, der jetzt nicht mehr über seine Experimente berichtet, sondern über die Experimente eines Teams von möglicherweise 20 Leuten, dann kann er in der Spalte nach unten alle Daten topaktuell berichten und die Cutter jetzt erweitern auf ein Team. Also er berichtet nicht über seine Daten, er berichtet über die Daten eines ganzen Teams. Und das ist jetzt unser Experiment, wie gesagt, oder sind unsere Experimente, wir versuchen das auf jeder Ebene weiterzuentwickeln, damit es sich auf jeder Ebene quasi als Kette betreiben lässt. Das heißt, wir versuchen hier, die Cutter so zu erweitern, dass wir von Lernen und Verbessern übergehen auf Lernen und Verbessern, wie wir lernen und verbessern. Also im Grunde, was wir hier versuchen aufzubauen, ist, ja, diese lernende Organisation, die lernt, über sich selbst zu lernen. Und also, was wir hier versuchen zu machen, ist Organisationsentwicklung. Und ich versuche, das Thema Organisationsentwicklung pragmatisch zu sehen. Wenn wir Cutter anwenden müssen, brauchen wir immer Messbarkeit. Also Sie können Cutter, wenn Sie Cutter anwenden wollen, ist ein Zielzustand, Sie brauchen Zahlen, Sie brauchen Messbarkeit. Und was wir hier versuchen zu machen, ist, also im Grunde durch Organisationsentwicklung die Problemlöse-Kapazität zu entwickeln. Also wir glauben, dass desto mehr Problemlöse-Kapazität eine Organisation hat, umso mehr Probleme oder Innovationen kann sie pro Zeiteinheit machen. oder sie kann in kürzerer Zeit Produkte auf den Markt bringen. Statt zwei Jahre braucht es nur ein Jahr oder Ähnliches. Das heißt, im Grunde glauben wir, dass es darum geht, durch Verbesserung und Coaching eine Überkapazität an Verbesserungs- und Innovationenkraft zu haben. Und daraus ergeben sich drei mögliche Szenarien. Das erste Szenario, was man in Firmen vorfinden kann, wenn ich jetzt anfange, Organisationen mit Cutter zu entwickeln, und das ist meistens, die Startsituation ist, dass unser Problemlösebedarf wesentlich größer ist als unsere Problemlöse-Kapazität. Wir kommen nicht hinterher, die Probleme zu lösen, die wir haben. Ein Beispiel, um das einfach mal ein bisschen greifbar zu machen. Stellen Sie sich vor, pro Woche haben Sie 100 Probleme zu lösen, Sie schaffen es aber nur 50 zu lösen. Ein guter Indikator, dass Sie möglicherweise in diesem Zustand sind, ist, dass Sie Pareto machen. Wenn Sie Pareto machen, ist das sehr wahrscheinlich der Fall. Was heißt Pareto? Sie priorisieren Probleme, weil Sie können nicht alle lösen. Ganz einfach. Das heißt, Sie lassen bewusst die kleinen Probleme liegen. Was passiert, wenn man kleine Probleme ignoriert, und sie lange wirken lässt. Sie werden zu große und es ist unausweichlich, dass Sie in den Feuerlöschmodus ankommen. Da kommen Sie in eine Spirale, aus der Sie sehr, sehr schwer rauskommen. Das heißt, wir müssen diese Problemlöse-Kapazität erweitern. Reicht es, wenn wir die ausgleichen? Wenn Sie sie ausgleichen, dann können Sie im Grunde Ihre Standards einhalten. Das ist schon mal ganz gut. Probleme, die hochkommen, Sie können Instabilitäten, das ist diese Stabilisierung, das ist diese reaktive Problemlösen. Sie können vielleicht Ihre Standards mehr oder weniger einhalten, aber wenn wir Verbesserung und Innovation machen wollen, brauchen wir Überkapazität. Denn wir müssen nicht nur die Probleme, die auftauchen, sondern die Probleme, die daraus resultieren, dass wir Dinge anstreben, die wir noch nicht können, auch noch lösen können. Das heißt, ich brauche, wenn Sie so wollen, vielleicht eine Reserve von 50, die ich auf die Probleme der Zukunft anwenden kann. Und da ist, wo wir versuchen, Messbarkeit reinzubringen. Und wenn Sie sich jetzt diese Tafel hier vorstellen, was die Firma Phoenix Contact ein bisschen anders gemacht hat, dann kann man an dieser Tafel ein paar Dinge sehen. Diese Tafel beschreibt Ihre Kapazität, wenn Sie so wollen. Wenn Sie jetzt hier sagen, das sind meine Leute und ich möchte jeden Tag einmal coachen, dann haben Sie gesagt, das ist die Coaching- und Verbesserungskapazität, die ich jetzt als Hypothese mir vornehme. Schauen wir mal, ob wir hinkommen. Und dann könnten unterschiedliche Sachen passieren. Nehmen wir mal an, Ihre Coaches schaffen es nicht, an dem Tag zu coachen. Was sehen Sie? Ganz einfach. Sie stehen davor und Sie sehen alle, Sie sehen eine Lücke hier. Das ist eine Lücke. Ganz einfach zu lesen. Wer hat wen wann nicht coachen können? Und jetzt können Sie ganz einfach durch diese Visualisierung sagen, okay, welche Hindernisse, unsere dritte Frage, halten den Coach aktuell davon ab, seine Coachings einzuhalten, wie wir sie jetzt glauben, zu brauchen? So, das nächste, nehmen wir mal an, die Coaching-Kapazität wäre installiert, reicht mir jetzt die Verbesserungskapazität? und das kann man auch sehr gut messen und ein Trick, den wir von Phoenix Contact gelernt haben, ich kann sehr gut erkennen, wenn mir meine Verbesserungskapazität nicht ausreicht, durch Terminabweichung. Also, wenn ich irgendeinen Termin nicht einhalten kann, dann reicht es einfach nicht. Dann reicht es einfach nicht. Dann muss ich an der Stelle mehr Ressourcen hinbringen. Es ist besser, wenn man es nach einem Tag Verzögerung erkennt und nicht erst einen Monat später merkt, dass man einen Monat hinterher ist. Deswegen diese feine tägliche Aufteilung, die wir so sehr schätzen. Und das kann man hier sehr gut sehen. Wenn eine Terminabweichung ist auf Tagesniveau, dann experimentieren wir damit. Wir machen die Karte einfach rot. Also, der Menti hat an dieser Stelle einfach es nicht geschafft, seinen Termin einzuhalten. Und da fokussieren wir jetzt unsere Coaching-Ressourcen. Da müssen wir verstärkt die Organisation verstärken. Da, wo es grün ist, scheint es vorerst, also Bedarf und Kapazität scheinen ausgeglichen zu sein. Und so versuchen wir, unsere Coaching-Kapazitäten, unsere Problemlöse-Kapazitäten messbar zu machen und auch da zu erweitern und hinzusteuern, wo wir sie auch wirklich brauchen. Also, die rote Karte, wie gesagt, hilft mir zu fragen, welche Hindernisse halten dich, ja, also den Menti gemeint, aktuell davon ab, dein Sein oder ihr Tagesziel zu erreichen und welche Unterstützung sollte jetzt vom Coach hinzukommen. und daraus leiten wir ab, an welchen Parametern wir dann drehen müssen, ja, welche Parameter haben sie als Coach oder als Coach der Coaches. Im Grunde, die Parameter, die sie haben, um ihre Kapazität zu steuern, ist die Anzahl Coaches. Wie viele Coaches hätten sie gerne auf jeder Ebene? Das ist eine Frage, die sollten wir haben, die sollten wir beantworten können und nicht aus Vermutungen, sondern aus Messungen. Also, wir formulieren eine erste Hypothese und schauen wir, ist alles grün? Treffer, die Wahrscheinlichkeit, dass alles grün ist auf der Tafel ist gering, schon mal vorweggesagt, ja, die nächste Frage ist, soll der Coach einmal am Tag, zweimal am Tag, viermal am Tag coachen? Wenn, desto öfter er coachen soll, natürlich brauchen sie eine hohe Qualität des Coachings, also Punkt Nummer drei, effiziente Coachings erledigen in 15 Minuten, was ineffiziente in einer Stunde erledigen. Okay, auch erfahrene Coaches wissen das. Und Punkt Nummer vier ist an der Effektivität des Coachings zu arbeiten. Es gibt Coaches, die brauchen fünf Coachings, um das zu erreichen, was andere Coaches mit zwei Coaching-Zyklen von ihren Lernern rausholen. Okay, also das sind so die Parameter aus meiner Sicht und da kann man ganz konkret für sich Ziele herleiten für die Organisation. Also wie viele dritte Coaches, wie viele zweite Coaches, wie viele erste Coaches, wie viele Prozessverbesserer sollen in meinem Werk an welcher Stelle sein? Hm, was hätte ich gern? Das wäre eine erste Hypothese. Das können Sie auch mathematisch weiterentwickeln und letztendlich können Sie daraus herleiten und sagen, ja, das ist, was wir gerne hätten und das ist, woran wir arbeiten wollen. Und ja, und somit würde ich das aber auch gerne abschließen wollen mit dieser letzten Frage. Was ist der konkrete Zielzustand für die Verbesserungs- und Coaching-Kapazität Ihrer Organisation? Detailliert, pro Ebene, pro Verbesserer. Welche Kapazität brauchen Sie? Welche haben Sie? Und wie wollen Sie sie? Wo, wie, bis wann erweitern? Okay. Ja, ich glaube ich, Konstantin, wenn es recht ist, würde ich gleich überleiten.